Das ergibt sich aus der Komplexität des Klimawandels. Wer den in eine einzige Formel zu packen gedenkt, hat irgendwo etwas falsch verstanden. Ich würde gerne wissen, wie viel Zehntausendstel Grad Celsius wir eine Reduzierung der Klimakatastrophe bekommen für jede hinausgeworfene Steuermilliarde. Ja, wie bereits gesagt, da hat jemand überhaupt nicht verstanden, um was es eigentlich geht. Wer bescheuerte Fragen stellt, darf nicht damit rechnen, dass jemand sie beantworten wird. Und so bleibt es dabei, Klimaschutzpolitik ist einfach nur ein schwarzes Loch, in dem die Steuermilliarden auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Noch kostenintensiver wird die Kompensation der durch die Auswirkungen des Klimawandels entstehenden Schäden. Seien wir froh, dass wir das nicht mehr erleben müssen. Mit dem Kohleausstiegsgesetz hat der Bundestag im vergangenen Jahr, wir erinnern uns, einen schrittweisen Ausstieg aus der Verstromung von Stein- und Braunkohle beschlossen. Wasser ist nass, eine glühende Herdplatte heiß. Was soll das aufzählen trivialer Allgemeinplätze? Und dies greift in die unternehmerische Freiheit ein, der bisherigen Betreiber, und deswegen stehen Ihnen Entschädigungszahlungen zu. Wer Waren produziert, die kein Mensch braucht, ist selbst schuld. Warum sollte man ausgesuchte Dummheit auch noch belohnen? Herr Kollege Dr. Kraft, kann ich mal Ihren Sticker sehen? Es ist nicht erlaubt, Sticker zu tragen. Würden Sie ihn bitte abnehmen? Danke, sehr, sehr nett. Sie bekommen die Sekunden dazu. Ich danke. Wo waren wir? Genau, die Höhe von über vier Milliarden wird nun infrage gestellt von der Fraktion der Grünen. Jeder geistesgesunde Mensch stellt Milliardengeschenke an Industriebosse infrage. Was oder wer in den vergangenen Jahren im Berliner Politikbetrieb aufgepasst hat, dem fällt sofort das Gezerre um die Entschädigung beim Ausstieg aus der Kernkraft ein. Das war ja ganz analog. Was hat der Ausstieg aus der Energiegewinnung aus Atomspaltung mit der Politik der Stadt Berlin zu tun? Blicken wir ganz kurz zurück. Wozu? Die Geschichtsverfälschungen der AfD nimmt doch eh niemand ernst. In 2011 beschließt der Bundestag ein Ende der kommerziellen Stromerzeugung aus Kernkraft. Anlässlich des Vorfalls in Fukushima, der uns anschaulich vor Augen führte, wie unsicher und nicht beherrschbar Atomkraft in Wirklichkeit ist. Man stelle sich dieses Szenario in einer Metropolregion in der dicht besiedelten BRD vor. Dazu wurde die 13. Änderung des Atomgesetzes beschlossen. Im Dezember 2016 befindet dann das Bundesverfassungsgericht, dass die dort enthaltenen finanziellen Regelungen nicht ausreichend sind. Das war aber nicht irgendwelchen Problemen mit dem Ausstiegsbeschluss geschuldet, sondern nur der Blauäugigkeit derer, die für den deutschen Staat unvorteilhafte Verträge unterschrieben haben. Die netten Menschen der C-Parteien und der SPD, die zugunsten der Atomlobby handelten, wie das inzwischen die AfD auch tut. Daraufhin arbeitet diese Regierung jetzt die 16. Änderung des Atomgesetzes aus. Im Sommer 2018 wird diese vom Bundestag von uns beschlossen. Im September 2020 befindet das Bundesverfassungsgericht erneut, dass diese 16. Änderung des Atomgesetzes die bestehenden Verpflichtungen aus 2016 nicht erfüllt. Eine weitere Änderung muss her. Und diese liegt uns derzeit mit dem Entwurf der 18. Änderung des Atomgesetzes vor. Sie liegt da gerade im Ausschuss. Hoffentlich werden dort endlich die auf den Steuerzahler abgewälzten Entsäugungskosten den tatsächlichen Nutznießern dieses Geschäftsmodells in Rechnung gestellt. Das Bundesverfassungsgericht hat also allen Absichten, die enteigneten Unternehmen mit Brosamen abzuspeisen, eine klare Absage erzahlt. Ach Rainer, informiere dich doch bitte erst einmal, was das Wort Enteignung eigentlich bedeutet, bevor du es widersinnig benutzt. Und das sollten sich hier mal die sozialistischen Fraktionen hier im Hause gut merken. Ihre feuchten Enteignungsträume werden für den Steuerzahler immer sehr, sehr teuer. Es gibt im Bundestag keine einzige sozialistische Fraktion. Wenn man von etwas keine Ahnung hat, wäre es angebracht, darüber frei nach Wittgenstein einfach zu schweigen. Aber das ficht sie ja nicht. Das ficht sie ja nicht. Es ist doch immer das Geld anderer Leute, das Geld des Steuerzahlers. Und das ist ihnen in der Regel ja immer komplett egal. So wie es der AfD wurscht ist, was mit dem noch tausende Jahre strahlenden Atommüll passiert. Die Regierungen, die verschiedenen, haben es also in über zehn Jahren nicht geschafft, die Entschädigungszahlungen für die Kernkraftwerksbetreiber rechtskonform hinzubekommen und wollen jetzt schon das nächste Fass aufmachen. Entschädigung wofür? Dafür, dass ihr am Markt nicht überlebensfähiges Produkt mit Subventionen und Steuervergünstigungen durchgeführt wurde, um den Aktionären für die Gewinne zu garantieren? Zudem ist der Ausstiegsfahrplan des Kohleausstiegsgesetzes durch die jüngsten Pläne der Regierung zur Verschärfung der Klimaplanziele wieder komplett infrage gestellt. Außer der AfD stellt das niemanden Frage. Selbst die FDP will diese veraltete Technologie nicht mehr haben. Wir wissen also noch nicht einmal, worüber wir hier konkret reden. Das ist bei der AfD doch der Normalzustand. Es wird ja auch von Ihnen gefordert, diesen Ausstiegsfahrplan zu überarbeiten. Wozu? Der Ausstieg muss so schnell wie möglich erfolgen, wenn wir diesen Planeten weiterhin bewohnen wollen. Die Bremserei der AfD und der Kohlekraftlobby sorgt jeden Tag für immer mehr irreparable Schäden, die man nicht mehr rückgängig machen kann. Wir müssen also auch feststellen, müsst ihr das? Die anderen werden auch ohne euch weitermachen, da etwas getan werden muss. Es gibt nicht so wirklich was Aktuelles für diese Aktuelle Stunde am Freitagabend. Das liegt möglicherweise an den lernresistenten Abgeordneten der AfD. Sprechen wir also lieber über die Versorgungssicherheit mit Energie und Strom in Deutschland. Achtung, jetzt kommt ein Schauermärchen. Wir haben ja heute bereits mehrfach das Märchen von der preiswerten Energie aus Sonne und Wind gehört. Ah ja, die alte Feindschaft zwischen der AfD und den Fakten. Jeder private und unternehmerische Stromkunde weiß bei einem Blick auf seine Rechnung, dass diese Schutzbehauptungen der Koalition reine Lügen sind. Und um welchen heißen Brei redest du hier gerade herum, Rainer? Wie könnte es sonst sein, dass das Vorreiterland in Sachen erneuerbare Energie die teuersten Strompreise aller Industrie- und Flächenstaaten hat? In Sachen erneuerbarer Energien haben uns andere, dank des von den C-Parteien praktizierten Aushungens der einschlägigen Industriezweige, schon lange den Rang abgelaufen. Inzwischen ist die BRD eher ein Entwicklungsland, das dank Stolpersteilen wie die 10H-Regel schon lange den Anschluss verpasst hat. Und dank ihres rückschrittlichen Technologieverständnisses setzen sie bei der dauerhaften Versorgung unseres Landes nämlich auf gänzlich unzuverlässige Energiequellen. Ach, Rainer, das nennt sich Projektion. Andere dessen beschuldigen, was man selbst praktiziert. Das klingt nicht nur doof, das ist es auch. Was von der AfD kommt, kann auch schwerlich intelligent klingen. Während sie jede Abschaltung eines zuverlässig arbeitenden Kern- oder Kohlekraftwerkes in Deutschland feiern. Was arbeitet denn da um welchen Preis? Von Störfällen und Gauss hast du auch noch nie gehört, Rainer. Bauen unsere Nachbarn entlang der Grenze neue Kraftwerke auf. Die auch unsere Bürger töten werden, wenn mal wieder ein Tschernobyl oder Fukushima ansteht. Und das nicht nur für den Eigenbedarf, sondern weil sie genau wissen, dass Strom in Deutschland dank ihrer Politik in Zukunft Mangelware sein wird. Ach, hat die AfD denn vor, alle Windräder zu sprengen und alle Solarpaneele kaputt zu schlagen? Und diese Nachbarn reiben sich jetzt schon alle die Hände, weil sie diesen Strom in Zukunft zu Premiumpreisen nach Deutschland exportieren können. Gab es da irgendwo Spekulatius im Angebot? In Frankreich arbeiten bereits jetzt rechnerisch zwei komplette Kernkraftwerksblöcke nur für den Export von Strom nach Deutschland. Immer diese Lügenmärchen. Deutschland exportiert Strom. Im Jahr 2020 importierte das genannte Frankreich zum Beispiel 2,94 Terawattstunden aus der Bundesrepublik. Warum muss die AfD denn derart reifte Lügen erfinden, wenn sie sich doch selbst als Partei der Wahrheit sieht? Und das ist das Ergebnis Ihrer Energiepolitik? Man kann den Stromverbrauch nun einmal nicht vorhersagen. Also produziert man etwas mehr, um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Solange die Nachbarländer unseren zu viel produzierten Strom abnehmen, ist doch alles in Butter. Und die Grünen, die den deutschen Ausstieg aus der Kernkraft so frenetisch beklatscht haben, bemängeln nun die schlechteren Sicherheitsbedingungen in französischen Kernkraftwerken. Jeder verantwortungsbewusste Mensch weiß, wie unsicher Kernkraft ist. Nur der AfD ist es egal, in welche Gefahr sie Menschen bringt, damit ihre Spender weiter die große Kohle abschöpfen können. Ja, meine Damen und Herren, oder Frau Kotting-Uhl, wenn ich Sie zitieren darf, vorgestern im Ausschuss, die Sicherheitsstandards in deutschen Kernkraftwerken waren höher als die in den französischen jetzt. Das ist eine Tatsache. Für die AfD scheinen in Gauss wie Tschernobyl und Fukushima zu den Dingen zu gehören, die man zum Geldverdienen einfach alle Partikaden in Kauf nehmen muss. Und wäre es da nicht besser gewesen, statt teures Geld um die Grenze zu werfen und dort zwei Blöcke zu unterhalten mit niedrigeren Sicherheitsniveaus, als es in Deutschland der Fall wäre, dass wir die Deutschen einfach behalten hätten? Es würde doch reichen, endlich die lächerlichen, höhenabhängigen Abstandsregeln abzuschaffen, um den flächendeckenden Ausbau mit Windkraftanlagen zu ermöglichen. Es ist klar, dass dezentrale Energieversorgung in Bürgerhand die Gewinne der Energieriesen schmälert. Das wäre dann aber nichtsdestotrotz eine wirklich volksnahe Politik. Auch Polen sieht seine energetische Zukunft nur durch Kernenergie gesichert mit Neubauten entlang der deutschen Grenze. Der Rainer bejubelt hier ernsthaft potenzielle Gefahrenquellen für die polnische und die deutsche Bevölkerung, die jederzeit ganze Landstriche unbewohnbar machen kann. Noch deutlicher kann man kaum zum Ausdruck bringen, wie wenig einen das Schicksal der Menschen interessiert, wenn es um Geld geht. Die Behauptung, dass Deutschland mit seinen minderwertigen erneuerbaren Energien Vorreiter einer weltweiten Bewegung wäre, ist also wieder mal nur reines Wunschdenken. Was ist an einer Technologie minderwertig, die man nach dem Aufstellen kaum noch warten muss? Das mit der Vorreiterrolle war einmal. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts hinken wir anderen Staaten hinterher, die uns meilenweit voraus sind. Das Fazit ist klar. Sie vernichten unsere heimische, preiswerte und zuverlässige Stromversorgung. Früher oder später wird die Weltbevölkerung nicht mehr zulassen, dass gierige Menschen unseren Planeten immer weiter zerstören. Willst du ernsthaft abwarten, bis man unsere umweltbelastenden Kraftwerke bombardiert, weil sie die Lebensgrundlage der gesamten Menschheit zerstören? Es wird für den deutschen Stromverbraucher drastische Folgen haben, die sie als angebotsorientierte Stromversorgung schön färben wollen. Stromerzeugung sollte überhaupt nicht in privater Hand sein. Strom ist ein Allgemeingut, das nicht zur Erzählung monetärer Vorteile für wenige missbraucht werden darf. Doch auf gut Deutsch ist das nichts anderes als die Unterversorgung und Mandelwirtschaft, die uns in die teurere Abhängigkeit von ausländischen Stromimporten treibt. Der Lügenreiner auf dem Weg in den Olymp der Schwurbler und Märchenerzähler. Ihre Politik macht Menschen arm, meine Damen und Herren, wie immer im Sozialismus. Oh Mann, gegen deine Lügenmärchen war der echte Josef ja ein Verkünder der reinen Wahrheit. Aber ich hoffe sehr, dass im September der Wähler sie dafür abstrafen wird. Das nennt sich Projektion. Anderen das eigene Tun oder Abschneiden unterstellen. Disclaimer. Wer unbedingt geldlos werden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden. Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wieder. Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelperson decken, ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up! KURT 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 Vielen Dank.